Hallo ihr Lieben, ich bin Sam Schemeier, Coach, Psychologe und so weiter und so weiter. In vielen Teilen Deutschlands, aber auch im Lockdown natürlich mehr oder weniger. Genau, ja heute haben wir ein schönes Video von einer Dame, die sich als Minuspol sieht. Ist mir sehr willkommen, also wenn du auch Minuspol bist, schreib mir eine E-Mail, weil ich würde immer gerne beide Seiten angucken, beleuchten, also mir geht das tierisch auf im Internet, dieses Gutmenschentum teilweise und ach, ich bin so ein armes Opfi hier und ein armes Opfi da und ich mach doch gar nichts und ich bin doch nur hochsensibel und ich bin nur dies und ich bin nur das. Also nicht, dass alle jetzt so wären, überhaupt nicht, aber es wird manchmal auch, denke ich so, manche, die sich so als, nur als Gutmenschenopfer sehen, gibt es vielleicht ein bisschen mehr sozusagen, deswegen finde ich es super toll, auch mal die andere Seite zu beleuchten und gucken, was man da machen kann. Wir überlegen ja auch, ob wir für so richtige Minuspole mal einen Kurs machen, könnt ihr auch was drunter kommentieren, wenn ihr es gut findet. Und ja, also das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, es gibt einfach, ach, ich weiß auch nicht, es gibt einfach, heute mal ein bisschen rumgeguckt auf YouTube, echt Videos, wo ich denke, ey, Alter, alter Falter, das ist einfach nur, ja, befeuert so diese Dynamik von, ich bin nur gut und es ist nur Pech, dass ich in irgendwelche schwierigen Beziehungen reingeschlittert bin, also mache auch eine Seite sein, aber wenn man da stehen bleibt, ist es einfach zu kurz gesprungen, so, ne, und also mein Kanal ist wirklich, geht es wirklich ums Weitergehen, in die Tiefe gehen, weil sonst kommt man da auch nicht raus, meiner Sicht nach. Gut, aber jetzt endlich mal, äh, guck doch mal gerne, es gibt neue Adventskalender, guck gerne mal rein und ansonsten starten wir mal. Äh, eine Nachricht von, äh, Anavteschkola, weiß auch nicht, warum wir immer nur Russinnen schreiben, aber keiner weiß es. Hallo lieber Christian, erst einmal danke für deine Arbeit, durch dich bin ich damals meiner Probleme richtig bewusst geworden und ich hoffe, dass noch viele andere auf den richtigen Weg finden werden. Ich weiß, dass seine Zuschriften zumeist von Pluspolen stammen, also falls jemand mit dem Griff nichts anfangen kann, ist so die Leute, die immer zu viel für andere machen, tendenziell co-abhängig, ähm, oft mit Menschen zusammenkommen, tendenziell egoistisch sind oder egozentrisch, sagen wir mal so, ja. Ähm, aber es gibt so viele Varianten, gerade hier, es kommt ja jetzt gleich jemand, der sagt, ich habe ein Thema mit so Borderline-Anteilen, ähm, die können sowohl im Pluspol als auch im Minuspol gehen, je nachdem, welchen Partner sie haben. Also viele Menschen mit solchen Anteilen gehen auch, äh, mit Leuten mit narzisstischen Anteilen zusammen und, ähm, aber auch unter Umständlich jemand mit eher co-abhängigen Anteilen. Ähm, so, ich würde mich sehr freuen, wenn man einen gegenteiligen Bericht aus der Minuspol-Sicht beisteuern darf. Sehr gerne, vielleicht hast du auch einen Wegweisenden Rats um eine aktuelle Situation. Kurz zu mir, ich bin Anfang 30 und vor circa einem Jahr auf deine Videos gestoßen, seitdem bin ich auch in psychotherapeutischer Behandlung. Ich habe einen desorganisierten Bindungsstil, bin also bindungs- und verlustängstlich. Ja, ich weise auch hin auf das entsprechende Video bei mir, ähm, gibt es auch, gibt da so ein Playlist-Bindungsstile, meine Diagnose lautet High-Functioning-Borderline. Gut, das ist jetzt keine, ähm, ja gut, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber so High-Functioning-Borderline ist, soweit ich weiß, keine offizielle Diagnose, aber ein ganz wertvoller Begriff. Ich finde den richtig gut. Gut, das heißt im Grunde genommen, ja, also man hat so Ball-A-Line-Anteile, aber ansonsten, also, ja, weiß ich nicht, hat man jetzt nicht, was manchmal so klischee-mäßig gedacht wird, so aufgeschnippelte Unterarme, also das bedeutet halt, man kommt im Leben durchaus sehr gut zurecht, so verstehe ich das zumindest. Ähm, nochmal, ich mache ja nur hier Videos zu Beziehungstunahmen, das sage ich auch nochmal, wenn du wirklich eine handfeste Diagnose hast, dann gehört man natürlich, wie auch du hier bist, in eine geeignete psychotherapeutische Behandlung vor Ort. Ähm, ich fokussiere mich jetzt hier auf die Beziehungsdynamik, wie immer. So, ich habe aufgrund dessen eine lange Historie toxischer Beziehung hinter mir. Anfang des Jahres habe ich mich langsam wieder auf den Datingmarkt begeben, um meine Fortschritte und mein neues Bewusstsein zu testen. So, jetzt kommt, Achtung, Triggerwarnung. Ja, sage ich jetzt hier auch, es triggert vielleicht einige an, versuch das trotzdem mal einfach mit offenen Herzen zu sehen, dass wir alle, alle lichte Wesen sind in einem menschlichen Körper und jeder hier irgendwo rumstolpert über diese Welt. Und, äh, wenn du denkst, ähm, die bösen, bösen Minuspole, du weißt nicht, ob du nicht auch mal einer warst. Und wenn es vielleicht im anderen Leben war, keine Ahnung, äh, aber ich denke, die waren alle schon mal Täter. Ähm, so. Äh, ich lernte im Juni einen Mann kennen, auch in den 30ern, auf Tinder. Ja, gut, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Äh, ich schrieb parallel mit einer Handvoll Männer und konnte mich anfangs nicht überschwänglich für ihn begeistern. Ich finde es immer noch komisch, dass man überschwänglich jetzt mit E schreibt, ey. Ich kenne es immer noch anders. Naja, aber ist richtig so. Genau, er war jedoch äußerst hartnäckig und schrieb mir, recht häufig, Treffen wurden von mir des Öfteren abgesagt oder aufgeschoben. Gut, aus Sicht, äh, des Plusbowls, äh, ja, sage ich ja immer, äh, er hätte das schon längst beenden sollen, wenn Treffen abgesagt werden, aber, ja, kann man sich jetzt denken, dass du da vielleicht so eine, jemand hast, der vielleicht eher, also klassischer Plusbowl eher, vielleicht Parkour-abhängige Themen hat, wissen wir nicht, aber, äh, ja, sehr anhänglich ist und, ja. Ähm, erst nach fünf Wochen kam es tatsächlich zu einem Date, welches recht nüchtern verlief. Seine Zurückhaltung, Zurückhaltung und Sicherheit hatte mich insofern getriggert, dass ich mich schon im Anschluss bei ihm meldete und es zu weiteren Treffen kam. Ähm, ja, das ist jetzt eine interessante Aussage, aber eigentlich, ähm, also für dich wäre es, glaube ich, wichtig, dass du mehr in deine weibliche Polarität kommst, sicher auch mit, ja, also wenn man diese Themen hat, die du hast, dann geht es auch immer um, immer am Selbstbewusstsein arbeiten, weil eigentlich sollte dich, äh, es gerade nicht triggern, wenn jemand zu unsicher und zurückhaltend ist, weil man soll jetzt einfach sagen, hey, der hat die Eier nicht am richtigen Platz, muss auf Deutsch gesagt und, ja, ist nix für mich, das wäre die richtige Aussage und, ähm, ja, aber es ist interessant, also da zeigt sich schon dein irgendwo so ein bisschen besonders programmierter, liebe Chip, dass dich das dazu bringt jetzt, dass du wieder beim Anrufst, ne, aber das ist ja auch spannend, sicherlich auch für viele Pluspol immer spannend zu hören, ähm, jedoch war mir schon direkt am Anfang bewusst, dass ich emotional auf der Flucht bin, ja, interessant, wie du dir dann zielsicher so einen Pluspol aussuchst, dann dürfst du auch mal gucken, warum, obwohl du eigentlich weißt, dass du nicht richtig auf ihn stehst, so, ne, er hat mir schon ein recht großzügiges Lügenkonstrukt aufgebaut, um ihm zu gefallen und ließ mir Hintertürchen offen, um im Zweifelzweil wieder zu meinem Ex zurückgehen zu können. Ja, also ich finde das super, dass du das so knallhart selbst analysierst, das solltest natürlich ran, also das gilt, ob das Pluspol, Minuspol, eigene Spielfläche sauber halten, eigene Spielfläche sauber halten, immer wieder überlegen, äh, für dich wäre wahrscheinlich auch wichtig, so an der Empathie zu arbeiten. Ähm, also das heißt, äh, zu überlegen, wenn, mit dir das jemand so machen würde, wie wir du das finden, also sich wirklich in die Haut des anderen reinversetzen, das würde ich, da würde ich mal immer wieder üben, ja, daran arbeiten üben. Ähm, äh, ich war unehrlich über den Zeitpunkt und Ausgang meiner letzten Beziehung, gab vor, mit meinem Ex noch befreundet zu sein, obwohl wir immer noch Sex miteinander hatten, ja, es gilt auch für dich, keine Dreiecke und natürlich ist das kein gesundes, also aus meiner Sicht kein zielführendes, gutes Datingverhalten, ne, also halt deine Spielfläche sauber, lass das in Zukunft, äh, beende Sachen, auch wenn es dir schwerfällt, was, also sicherlich hast du da tierische Themen mit Verlustangst, ähm, aber, ja, das, aber das sind genau, also für die Pluspol, die hier zugucken, das sind genau die Sachen, warum Minuspol das machen, weil sie natürlich auch, äh, ja, emotional einen riesen Druck haben, also, und, und aus dem dann irgendwie handeln, aber versuch da wirklich zu überlegen, ob das, also, arbeite da mit deinem inneren Kind, da bei der Therapie, ne, dass du da nicht mehr so abhängig agierst, dir nicht mehr so eine, äh, sozusagen so ein, so ein Sicherheitsnetz von mehreren Männern schaffen musst, dass du wirklich sauber von einer Beziehung in die nächste gehst, das wäre echt total wichtig, ne, weil das macht natürlich auch was mit anderen, ne, und, äh, und, ja, ich glaube, das kommt auch zurück, ne, also, wenn man so, äh, viel mit Lügen arbeitet, irgendwann kriegt man das dann auch das Universum funktioniert einfach so, irgendwann kriegt man dann auch Lügen präsentiert, wenn man selber nicht will, und, ja, ähm, aber trotzdem mein Respekt, dass du dir das so klar anguckst, dafür sind wir ja hier, ähm, ich war wieder in alten Mustern, ah ja, okay, genau, das sind wahrscheinlich die alten Muster, und, genau, obwohl wir immer noch, ne, äh, wollte, konnte, aber noch nicht ausbrechen, hab mich stattdessen ganz bewusst hineingestürzt, versuch immer so ehrlich wie möglich zu sein, ich meine, klar, auf Tinder ist das immer so eine Sache, weil natürlich viele erstmal nicht über Beziehungen reden, insofern, ja, ich weiß es nicht genau, wie es abgelaufen ist, muss man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen jetzt, weil das machen natürlich viele auf Tinder, ne, muss man ganz klar sagen, ne, parallel daten, parallel Sex mit Menschen haben, ähm, und solange, ja, ist auch die Frage, ach, ist auch egal, musst du mal gucken, hast du ihn direkt angelogen, waren es einfach Auslassungsthemen, aber das würde ich mir schon recht genau angucken, ähm, ähm, nach dem zweiten Deadoff von Baden und Sicht dann auch seinerseits immer mehr rote Flaggen, seit drei Jahren Single, würde sich immer zu schnell verlieben, Problem in Kindheit, Jugendhelfer-Syndrom, ja, so ein klassischer Pluspol, das passt ja wirklich, und auch interessant, dass du sagst, das ist auch aus deiner Sicht eigentlich ein Red Flag, das sollte es auch sein, weil das, ähm, mal ganz ehrlich, so dieses immer zu schnell verlieben, Helfer-Syndrom, das hört sich, das kommt immer so unschuldig daher, aber das ist eben Teil der toxischen Dynamik, ne, beim Pluspol dann eben, ne, und, ähm, ja, wenn man so will, ist es auch eine rote Flagge, ne. Beim dritten Date war er mir dann endgültig ins Minuspolnetz gegangen, aber, also sie ist aber nicht zu locker und witzig jetzt, weil, das macht natürlich auch was mit dem Mann, ne, also, also versuch wirklich immer an Empathie zu arbeiten, so. Ähm, ich initiierte den ersten Kuss, auch das sag ich immer wieder allen Männern, äh, also seht so, dass ihr den ersten Kuss initiiert, bleibt in eurer Polarität, ähm, und, ja, ist manchmal, Frauen, die so voll all-in gehen, ist manchmal für Männer ein Problem. Dringte noch am selben am Sex, ja, das gehört dann auch dazu und ließ ihn scheinbar völlig paralysiert zurück, okay. Darauf folgten einige Monate unklarer Verhältnisse, er lief immer wieder gegen meine Mauern und hatte zu Recht ein schlechtes Bauchgefühl. Hört auf euer Bauchgefühl, schreibt selbst der Minuspol hier in, wie weiß das, wer sagt, in Großbuchstaben, ließ sich aber trotzdem immer wieder wegstoßen und dranholen. Ja, also falls noch jemand überlegt, ob das bewusst ist, sag ich immer wieder, es ist bewusst und trotzdem agieren natürlich, also du jetzt hier auch, Minuspole auch aufgrund ihrer eigenen psychischen Dynamik, so, ne. Ähm, aber wie gesagt, es ist viel schwerer, die Minuspol-Seite, äh, Bewusstsein zu kriegen, deswegen kommen natürlich viel mehr aus der Pluspol-Seite zu mir, weil man da mehr leidet und dann guckt man halt mehr, was da eigentlich los ist. Teilweise war ich so tief in meinen Mustern, dass mir mein Verhalten gar nicht bewusst war, weil ich ihn regelmäßig mit Gaslighting und Schuldumkehr zum Buhmann machte. Schon bitter, ey. Aber gut, sie ist als dein Muster, was es aufzulösen gilt und, ja, also da musst du echt gnadenlos, äh, gnadenlose Selbstanalyse, wirklich ohne sich jetzt zu verdammen dafür, überhaupt nicht, aber gnadenlos hingucken, immer wieder versuchen, das abzustellen, ehrlich sein, äh, transparent sein, äh, und gucken, ja, welche Hürden du dann in dir findest, ne, dass sie das so schwerfällt, ähm, und, ja, also, wenn du das mit ihm jetzt weitermachen wollen würdest, er wäre nicht, ja, dann solltest du das wirklich auch aufdecken, dann solltest du sagen, äh, hier, da hab ich dich gegessleitet, da hab ich Schuldumkehr gemacht, also dann decke es echt gnadenlos auf, ne, das würde ich dir echt raten, ne, und kann, kann man sich auch mal für entschuldigen, ne, also, ähm, ist vielleicht, fällt dir vielleicht schwer, aber wer, wenn man dann wirklich einen Neustart machen will, wäre das vielleicht angebracht, so, ähm, vor circa vier Wochen zog er die Reißlein und sagte mir, dass ich ihm, aufgrund seines Bauchgefühls, hätte sich in ihm etwas blockiert, hat der mein Kanal geguckt, oder was, und er das Gefühl hat, emotional bei mir nicht weiterzukommen, ich flog um 180 Grad aus der Bindungsangst in die Verlustangst, ja, auch, so ist das dann, dann meldet man sich halt wieder, ne, und sah mich plötzlich als das Opfer, also, ich finde gut, dass du das so schreibst, weil viele, die sich, ganz viele, die sich immer nur so als Opfer sehen, haben deutliche Anführungen, also, ich mag diese Begriffe manchmal gar nicht so, aber sie haben deutliche Täter, Aktivitäten, ähm, also wirklich gerade so die lautesten Opfer, Rufer, kann man überall sehen gerade, ähm, verhalten sich am krassesten oft, aber das betrifft sich jetzt nicht, aber, ähm, ja, genau, man fühlt sich als Opfer, obwohl man vorher, ja, die Sachen gemacht hat, die man gemacht hat, und, aber, ja, wie man hier sieht, der Pluspol macht natürlich auch mit, ne, aus seiner Psychodynamik, ne, das kann man natürlich sagen, ja, aber du hast ihn ja auch gegasleitet und bla, und er konnte ja nicht, und er wusste ja nicht, und er ist nur das Opfer, ja, kann man sehen, wie man will, meinetwegen, aber es geht halt darum, äh, das ist ja mein erklärtes Ziel, äh, dass wir alle aus dieser Täter-Opfer-Beziehung aussteigen, egal in welcher Dynamik, ne, egal in welche Rolle du spielst, ähm, da auszusteigen, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben alle schon mal die eine oder die andere Rolle gespielt, auch wenn man das nicht wahrhaben will, ähm, daraufhin folgten einige Gespräche über unsere Beziehung, was dem Füttern eines Toten Tiers gleich gab, oh Gott, das ist bitter, äh, okay, ähm, gegenseitige Schuldzuweisung, keine Klarheit über Gefühle auf beiden Seiten, ja, ist halt eine toxische Beziehung, ne, Diskussionen, die sich im Kreise treten, wir einigten uns auf einen Kontaktabbruch, was ich erstmal richtig, aber nicht gut anfühlte, der Zufluss seiner Aufmerksamkeit fehlte mir extrem, es machte mich regelrecht wütend, mir ging es richtig dreckig, wie einem Parasiten ohne Wirt, ja, das ist echt krass, das mal von jemanden direkt zu hören, ne, mhm, aber sehr herrlich analysiert. Zudem kam mir, kam mit der Kontaktsperre auch langsam das Bewusstsein über meine eigenen Fehler wieder in mir und in mir hat sich das Schuldgefühl, haben sich Schuldgefühle breit gemacht. Ja, Schuldgefühle bringen ja immer keinen so richtig weiter, aber, wie gesagt, man kann, das heißt es nicht, dass man analysiert, was man, also wenn man meint, man hätte irgendwo, was das hier ist, aus dem Ego, aus dem inneren Kind agiert und Sachen gemacht, die nicht, ähm, optimal waren, dann kann man sich ja mal entschuldigen, ne, das würde ich angemessen finden, so. Ähm, so, ich habe mich durch den Abstand nicht mehr bedroht gefühlt, ja, so ist das immer in der Bindungsangst, ne, wodurch ich auch wieder positive Gefühle für ihn entwickeln konnte und ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass er eigentlich ein toller Mann ist. Äh, nach zwei Wochen hat er dann den Kontakt wieder gesucht und ließ ich zu mir von einem zu einem lockeren Kontakt Freundschaft da muss ich mal Schluss überreden, ne, das ist ja so richtig, oh Gott, so richtig aus der anderen Seite, ne, oh mein Gott, ähm. Meine Therapeutin sieht in unserem Kontakt großes Potenzial, aus dem wir beide schöpfen könnten, so ihr Wortlaut. Ja, ich will jetzt nichts zu deiner Therapie sagen, das ist, ähm, aber man kann immer aus, auch aus sozialen Beziehungen, äh, schöpfen und wenn du wirklich, ähm, ich sag ja immer, jeder hat das Potenzial sich zu ändern, aber, ja, natürlich hat das ein großes Potenzial, nur da musst du mal die Karten auf den Tisch legen und vielleicht solltest du ihm genau das, was du mir jetzt hier geschrieben hast, mal in deinen Worten, ähm, ihm mal sagen, das wäre vielleicht, äh, sehr erhellend für ihn und weiterführend und dann, ähm, ja, solltet ihr, es gilt für dich auch, also ganz klare Standards ausmachen, ähm, das ist, äh, also keine Dreiecke, zum Beispiel, äh, das jetzt, äh, wirklich zusammen probiert, oder könnt ihr auch zusammen zu deiner Therapeutin gehen und, nur ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt dich jetzt nicht schönzureden und wenn ihr euch deiner toxischen Dynamik verstrickt, weil du brauchst mit deinen Themen auch, äh, jemand, der wirklich, ich weiß nicht, ob er das genug macht, wirklich auf den Tisch haut und sagt, ey, so geht's nicht, du kannst mich nicht so behandeln und, ähm, weil wenn er dir zu viel durchgehen lässt, ähm, das wäre, glaube ich, nicht gut für dich so, also er müsste auch parallel, ja, was ich immer sage, Standards und Dealbreaker, echt ein ganz klares, ganz klaren Kurs mit dir fahren, so, und, und ihr müsst beide, also vielleicht vor allem nur, die Karten auf den Tisch legen, so, ne? Es ist hilfreich, direkt nach der Situation zu lernen, ja, man kann immer lernen, ne? Man lernt immer im Guten oder im Schlechten, also jede, jede Erfahrung ist, ne, ist auf eine Art eine gute Erfahrung für die Seele, auch wenn wir das in dem Moment immer nicht so sehen, ähm, ähm, und wenn es einfach eine Erfahrung ist von, ja, so möchte ich es nicht haben, so, ne? Weil wir lernen hier durch Versuch und Irrtum, und, ähm, ja, aber gut, in unserem hier und jetzt sein, im Ego, im, gefallen dann viele Sachen natürlich nicht oder hätte man viele Sachen auch nicht gerne, ist ja auch okay, aber, ja, ihr müsst einfach gucken, das ist natürlich trotzdem eine toxische Beziehung jetzt, aber klar, wenn wir beide daran arbeiten wollen, kann man das machen, ähm, das ist ja äußerst selten, und, ähm, aber gut, ich habe schon immer gesagt, dass Leute, die eher, äh, Richtung Borderline sind, dass es natürlich mehr Chancen gibt, so, ne? Also, wenn wir eher von Narzissmus reden, so, ist das sicherlich deutlich schwieriger. Ähm, learning by Duke oder richtig damit, letztlich nur Schaden an? Ja, finde ich auf jeden Fall gut, den Impuls, keinen weiteren Schaden anzurichten, das sollte auch, äh, dein Fokus sein, denke ich, Empathie, keinen weiteren Schaden anrichten, ehrlich sein, ähm, und letztlich besprich es mit ihm, also, solange du ihn nicht anlügst, kannst du eigentlich nichts Falsches machen, dann kann er sich ja frei entscheiden, und, äh, ich würde ihn jetzt aber auch, äh, das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt nicht mehr will, dann halt ihn nicht fest, dann lass ihn gehen, irgendwie, ne? Also, dann holt ihn nicht immer wieder zurück, also, wenn sich das wirklich zeigt, es ist einfach, äh, dreht euch immer wieder im Kreis und das funktioniert einfach nicht, weil letztlich triggert er dich auch an mit seiner Art, ne? So, weil, ähm, also, das ist ja auch oft die Frage, sind, können Plusbohle auch toxisch für Minusbohle sein? Ja, also, wenn er zu abhängig, das ist halt dein Liebeschip, ne? Dass du so auf wahrscheinlich recht abhängige Männer stehst, und, ähm, unter anderem zumindest, und, äh, also, er triggert dich auch an, ne? Also, er müsste da deutlich, weil dieser auf dem Weg dann deutlich selbstbewusster, deutlich mehr in seiner Polarität agieren, äh, äh, ja, und die Sachen nicht so durchgehen lassen, äh, klar, sonst triggert er dich auch nur an, ne, und das, wenn er zu sehr an dir hängt, dann gehst du voll in die Bindungsangst, ne? Müsst ihr gucken, wie weit das funktioniert, aber wie gesagt, wenn es euch, oder einem von euch der immer schlechter geht, dann sollte man es wirklich lassen, und auf jeden Fall würde ich da, entweder, dass du ihn mitnimmst zu deiner Therapeutin mal, du hast ja mal eine gute Paartherapie macht, oder aber wie gesagt, es müsste dann auch jemand sein, der sich mit toxischen Dynamiken auskennt. Ähm, aber man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn du einfach siehst, dass er da vor die Hunde geht, dann lass ihn gehen, nicht, ne? Dann, äh, ist es vielleicht nicht der Richtige zum Üben. So, besteht eventuell noch eine Restchance, dass wir das Ding drehen können, wenn ich weiter an mir arbeite, ich wäre sehr dankbar für deine Einschätzung. Ja, hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, und wir werden uns, denke ich, bald wieder sehen. Bis zum nächsten Mal.